Guten Abend ihr Lieben, ich fahre jetzt mit Sunday im Studio, habe einen tollen Song für sie gemacht und wie das geworden ist, könnt ihr jetzt hier sehen. Es ist ja fantastisch, dass du mich dann gefunden hast und irgendwie auf Abi hattest du ja gesprochen, ich hatte keine Nummer von dir Sunday und ich habe dich ja auch im Internet jetzt gesucht, ne? Ja, ich habe diese Aufruf gehört und da habe ich gedacht, ich komme vorbei. Ist ja fantastisch, Wahnsinn, ist schön. Okay, darf ich dir jetzt schon mal, ich habe nämlich was produziert, darf ich dir das schon mal zeigen? Du hast schon etwas gemacht? Ja, klar. Oh, wow, ja. Ja, cool, dann zeig ich dir das mal. Ja, ich habe deine Stimme praktisch so betreut und so, also es hast du dann gemacht und ich sage, ich finde, ich finde, es ist natürlich auch so ein bisschen sexy, ne? Ja, also, ne, das ist Hammer. Wollen wir nicht gleich irgendwie was aufnehmen dann? Wollen wir das nochmal aufnehmen? Na? Ja, ja, geht's? Ja, sure. Cool, fantastisch. Okay, Sander, wir machen jetzt nochmal. Also hast du schon geil gemacht und so, ne? Aber nochmal von vorne, ne? Okay. Hallo? Hallo? Um, my name is Sundae. My name is Sundae. She's so sexy. Hello, your name is Sundae. Her name is Sundae. She's so sexy. Hello? Um, my name is Sundae. Name is Sundae. Hello, your name is Cindy.